Einer kommt direkt rein Digga, was ein Lack, du H*** Das sind du... Man, wo ist der hinten? Ach komm, ich hab nur 3, man Die nächste Runde D für sich spielen Komm aus, wir holen 1 und 4, Digga Einer? Einer war noch bei BB drauf, ja? Jetzt war's auch klar Einer war bei BB, aber... Wollt vielleicht Nest runterschauen, gell? Kann gut sein Let's go Schade Voll der gute Spot von dem, ne? Einfach irgendein random Clip für den am Anfang, keine Ahnung wieso Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Und zwar, heute gibt es ein Competitive Gameplay Die meisten von euch haben mich jetzt gesehen, wollen wirklich Competitive Und ich fange jetzt einfach an, euch Competitive zu bringen Es gab immer die Diskussion in letzter Zeit, wir spielen nur gegen Noobs Und wir spielen nur gegen Schlechte Dieses Mal habt ihr ein Turnier, wo wirklich nur Semi-Pros spielen Also das ist ein Game-Battles-Turnier für die, die es nicht wissen Also kein normales GB-Match, sondern ein Turnier, wo es halt auch um Geld geht Und das war in dem Fall ein etwas kleineres Turnier bei Game-Battles Und wir haben das Ganze gewonnen, das kann ich schon mal vorab nehmen, Leute Aber das Finale-Match habe ich euch für euch zusammengeschnitten Und es war richtig spannend und richtig intens Ich selber spiele nicht viele Turnies Ich habe mit Kiwi und Stelos gespielt Stelos ist der bei uns, der richtig viele Turnies hat Der hat schon 150 Gold-Medaillen Also wenn du ein Turnier gewinnst, kriegst du eine Gold-Medaille bei Game-Battles So läuft das halt ab Und das war ein Turnier, was wir gemeinsam gespielt haben, wo ich auch aufgenommen habe Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video Lasst unbedingt ein Like dafür Mehr solche Videos, wenn euch sowas gefällt Müsst ihr es mit einem Daumen nach oben zeigen Damit ich sowas in Zukunft auch öfter mache Viel Spaß, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal Ach ja, eine Sache fällt mir gerade ein Das wundern sich gerade bestimmt voll viele so Hä, was, Ghosts? Wieso zeigt er Ghosts? Leute, für alle, die Comparative interessiert sind, Leute Ghosts, S&D ist wirklich eines der besten S&D-Games in Comparative, wie ich je gespielt habe Ich spiele ziemlich lange und das ist halt einfach meine Meinung Black Ops 2 und danach kommt direkt Ghosts für mich, was S&D angeht Richtig geiles Spiel, also ich kriege es von Comparative Damals natürlich, MB2, COD4 war auch alles geil Aber Ghosts auch ganz, ganz weit mit oben dabei Deswegen schaut es euch einfach mal an, wenn ihr selber Bock auf Comp habt Und jetzt noch die restliche Zeit wisst, wie wir zwei tot schlagen wollt Kann ich euch wirklich Ghosts S&D empfehlen, Bock richtig Und vergesst auch nicht ein Abo da zu lassen, Freunde Wir haben momentan einen richtig krassen Zuwachs Wir laufen straight auf die 100k, so richtig korrekt von euch Jungs Also falls ihr neu hier seid, wer ist richtig stabil, wenn der Abo da lässt, viel Spaß Kommt, raus zur Situation Jungs, final Let's go Oh fuck, nein Jetzt werde er fast wieder weggeschossen Einer ist great, er snipet noch nicht, ich bin noch nicht sicher Ja, ja, an dem Ten sniped Omain, wollen wir, noch ein A Nice Er wird mich schon mal abnehmen, er denkt jetzt ich bin nur übermütig, ja Wir warten ab, wir warten ab, ich hab auch dein Holz, Bro Ich hab jetzt nur Red 2 Let's go, Stili, easy Wo ist der, wo ist der wo ist der Oh und und, oh oh, oh, top 3, top 3, Stili, top 3 Let's go, Stili Nice, Mann, let's go, Stili die und Kohl mit Top 3 10, 19, wir haben Verteidigung er pusht, er pusht Was, es bringt mich durch Nein, in der Mitte, er kommt unten oben, den zweiten Tag noch nicht Oh, fuck Beides den Tag noch nicht Die haben einfach gepusht, ja Tome, Mitte ab bei ihm, Kiwi Mitte Der Snipen da, ne Egal, einer von uns holt ihn, wenn wir beide peaken Warte ganz gut, bevor du peakst, ich sag dir, wenn du peakst Peek, jetzt One shot Hab ihn Let's go, nice, Jungs Lass bei B gehen, Masi Schau mal, du Post, Post Post, 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 Andy, schau mal Andy von dir, Masi Nice Ich komm jetzt von A zurück, Jungs Mitte 60 nicht Du hast flankt, oder? Ja, ja Ich call euch Post, ja Komm Ich vermute mal, dass er eh bei euch bei mir ist Nice Hehehe 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 Ich vermute eh, dass er So geht's, ich vermute eh, auf einmal Pass auf, Bastiger, der Tenf, der wird richtig pushen und so Soll er doch Das war der Tenf, der hat sich seine Sniper Digga, wie der schluckt, alter Kann ich dir helfen, oder? Ich push den jetzt, den Bastard Ich war im Post Einer ist nix, Kiwi Er ist bei mir am Zaun, er ist bei mir am Zaun, der eine Abball Abball Hat er dich gesehen, Masi? Ja, ja, der war bei mir am Zaun hier Er war uns, dass er flanks den, gell? Auf flank Das war der nicht, der ist auch bei mir Der ist auch bei mir, der Rentner Nein, ist soweit, K Ja, Team Nice Brauchst du gerade Shisha, jemand? Nr. A Er ist hinten, er snipet hinten 2 nur Joki ist auf flank, ja Willst platzieren? Komm Bin schon dabei 1, 2, down Stun calm Let's go, Baby Ich schau' Zigg Einer ist, glaube ich, hinten Er kommt von deren Spawn Tom Ja, Matt, jetzt hier Ich hab ihn neu Let's go Home ist safe Zigg ist safe Ich hab ihn neu Vorne Der Rentner, ja? Hey, hey Was hat er aber für ein Internet, der Rentner, Mann? Bezahlt er seinen ganzen Lohn für Internet, oder was? Ja, auch wenn er den Key gemacht hätte, hätte er keine Chance mehr Trotzdem, Mann Einer hab ich mindestens B-Crossen sehen Einer ist loading, 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 loading Geht's erst zurück Geht's erst zurück Getreidelager, das heißt Feuer Ja Einer geht zu Aki, wie? Er ist zurück Er ist am 18, er ist am 18 vor mir getrappt Er ist zurück Er ist zurück Ich hab F.A. Slakes Er ist am 18 hier Er ist immer noch am 18 Oder Warte, nein, nein, genau wenn ich push, piekt er mich Guck, dann siehst du Der ist am 18 Er ist 18, er snipet Bombe war down, Bombe war down, der musste die nehmen, der hatte ich gesehen Nein, wo? Mid-Street einfach, Mid-Street stand er offen mit einer Sniper GB direkt, ja GB, GB Er schießt Er hat gesehen, wo er geschossen hat Er kann nur A, er kann nur A Er kann nur A Er kann nur A Geht her checken Oder er legt halt gar nicht Er legt nicht Nice Er hat sie direkt genommen, aber Er hat sie direkt genommen, er könnte doch nehmen Post Ellie hab ich ihn gekillt, dann hat er doch mit Street geschossen, dann hat er die Bombe genommen Ich geh Blut ab Wir haben die Bombe War hinter dem hast du dann? One-Shot, One-Shot Blut ab Er geht wieder zu Mid-Street raus, aber Gerade weil ich mich duke wegen FPS Hat er sich gesehen, wer BKW? Ja Er hat mich angeschossen Er ist rechten Ecke über Astridurm, rechten Ecke über Astridurm Warte, ich flanke dich, ich flanke dir Einer kann dich flanke Hinter dir Was macht er da? Der aimt nur Post, glaube ich Ja, ja Er kommt genau von Zig-Zag, Alter Ah Digga, ich hasse das ab, so bei dem Game, ne Ich bin Blut ab, ich hab Easy-Kill gehabt, ich muss auf Boden gucken, wegen FPS-Slack, er kommt Ich halte auch den kurz Ah, der ist hier, der ist eine A von uns? Nee Ich hoffe nicht Egal, egal, wir gehen alle von uns spawnen, würde ich sagen Kurz, One-Shot, One-Shot Nice Komm Komm Müsst du schnell machen Der eine macht vielleicht eine Runde Ich mach vielleicht eine Runde Ich muss schärf, Kiwi Der macht bestimmt eine Runde von uns spawnen Ah Ich habe gemessert, Mann Ah, jetzt ist das schon Einmal gehe ich nicht, ah, kommen die halt Oh, wir hätten es gehen ab, ja Okay, egal, 5-2, wir brauchen unbedingt 5-2 Ja Wir machen jetzt diese Quick Planter, ja? Ja, ich stun die Ja, ich stun die Ich habe Flag-Jacket Ich habe Flag-Jacket Nixen Stunt, Jungs Der PC Backup Loading Ich habe ihn, ich habe ihn Ich habe ihn Ich habe ihn, ich habe ihn Eigentlich habe ich dich hier, er kann nur Blech sagen Notaufnahme erst Blech Ja, Notaufnahme ist auch Blech Chill, jetzt nicht, nein, nein, Kiwi Nice Ich muss, ich hätte nicht chänischen dürfen Trott, India Tschau, Mann Kiwi Okay Ist du safe? Ja Es ist White Es ist White Ich hätte uns nicht chänischen dürfen Ich habe gedacht, er ist im Blech drin, aber er ist da neben Ich gehe jetzt A diesmal Ja Ich habe kurz Mitte, dann komme ich hin Ah Nice, willkommen Einen habe ich mitnehmen können Einer ist weak, einer ist bei A schon drin, einer ist bei den Holzpaletten Nein Er hat ihn, er hat ihn, der letzte war Holzpaletten, dieser Mann Pass auf, er kommt hinter dir auch, Kiwi, pass auf, lass dich nicht flanken Ungeschützt American, American, weak, 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 weak Let's go, Jungs Stark Okay, letzte Map Octane Oh, wow, 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 das kann, das wird was Das wird was Das ist unser Final, Jungs, come on, baby Let's go Ich gehe aber diesmal anders, ich gehe diesmal Topstrip, ich versuche den wegzuholen, den Tempf Ja Soll ich B-Cross schauen? Ich will aber nicht snipen Ich habe auch nicht snipen, ich habe ihn ja Mit A ist eh gut, wenn du den dort Dann kannst du einfach wegschießen, wenn er hochklettert A B-Cross gesmolten bei mir Er ist Tank, down Einer ist durch Einer ist durch? Und Papus, Papus, weak, Papus, weak Einer noch Papus Einer noch Aber hat mich Geh zurück Der ist um Hotel, um Hotel Um Hotel, über dir, Masi Und der andere guckt halt Deiner über ihn drüber, glaube ich, gell? Äh, bestimmt Ich pushe den bei Deiner, Bro Okay, wie kommst du auch? Komm, lass den pushen bei Deiner, komm Warte, ganz kurz, warte, ganz kurz Ich bin schon durch Nein Nein Ey, wer hat mich gebullshit, in dieser O-Mail-Job, Alter Scheiße, Jungs, wir hatten First Blood, egal, komm Ja, komm Ey, da war so ein Reviergeweißer hat mich gebullshit, das ist das Ding Komm, 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 Jungs Ja Ich habe auch was Nächster Meine Smog bei B Haben die gesmogt, oder? Meine, meine, meine Wir haben jetzt auch gesmogt, ja Der push bestimmt raus bei der Smog und der legt sich in die Ecke da, Jungs Ich geh mal um ein paar Okay, komm, easy, haben wir Nice, das war der Erste, jetzt nicht down gehen Let her down Ja, hier bin ich ja Ja, mich hinter der Bombe, hat mich Und ein Bar Und ein Bar Und ein Bar-Einschuss, und ein Bar-Einschuss Oh, Massi Oh, Massi Nice, Massi Let's go Wie, 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 wie Der erste, zweite, äh, ne der erste war das war mal so Ja, ja, ja Du machst die will durch Theke Spanner, vor allem, der ist da in der Ecke, ja, vor den Ich hab den bei der Theke auch absolut gehabt, weißt du das? Echt? Ja, ja Massi, ich glaub du solltest mal Begrus snipen, ich glaub das kannst du vorgleichs Ich glaub ich, ich glaub ich stun den einfach mal Nur Soll ich einfach mal stunnen, den Typen? Wenn du, wenn du den stunnst, push ich mir den Ja, er ist gestunnt Ja, er ist gestunnt Ja, er ist gestunnt Pass auf, Silly Der Bombe wohnt schon Ey, der Typ Der ist nicht oben, er sieht immer die Bombe noch, Massi Ja, hier am blauen Die Zeit wird knapp Da ist Warte 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 Ein push Bei uns, der ist Wir gehen nach, wir gehen nach, wir gehen nach Wir gehen nach Wir werden einfach noch nicht pushen los, der Abwehr, ihr wisst, der weiß, dass ihr getrennt seid Komm mit, komm mit, schau mein Gas direkt Ja Kann man hochgehen? Ey, sind bei mir, nicht weak Kein, nicht bisschen weak Pass auf Let's go Let's go Oh, ich dachte schon, der hat das jetzt worden Na, ja Let's go, man Der Typ, Alter, die so um, er hört, auf einmal hat die Volle gekonnt Ja, das Ding ist, der weiß genau, dass du ihn pushst immer, weißt du Schenk das dem nicht, wir geben das dem ab jetzt nicht mehr A 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 B A A habe ich gesehen habe ich habe ich habe nicht nur durchlaufen ich bin unten deiner jetzt er ist gepiekt bei bombe warte und das oben hotel gepiekt das richtung unten war gegangen der eine er ist wieder gepiekt kurz er hat mich geht markt ich muss mich er kommt zurück zu dir er kann nur begin haben wir 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 uns let's go man ich stelle ich bruchte vom bus aber und ich vom bombe jetzt weiß er kann ich sagen ob er in der dann geht es schon 22 22 22 er hat mich hinter bus noch einer maßen noch einer er ist oben glaube ich hinten ice truck ice truck nach pistol weg digger ich glaube der liegt da vielleicht oder ist treppen schaut aber der milk truck liegt schade ach mann die waren beide da die schnuppe bus wieder das waren zwei leute ja wäre ich hier auch so ein bus gegangen hier links außen um hätte ich beide hier links naja ich weiß egal kommt die scheiß drauf 3 2 für uns immer noch diese runde ist jetzt so big jungs kommen ich muss mir den bei strip ganz ehrlich ich würde sogar zu zweit schritten ich brauche bei b damit er auf mich fokussiert ist ok siehst du across ja nicht guck mal rechts von mir dann haben wir alles eigentlich hab ich und im motel ja unten war war der ich lieg grad vor blauen ding oben motel fragt er sieht mich oben motel bombe ist auch bei b werden gleich platzieren wir haben alles aber ich habe auch akkos so er will mich noch sparen links die kraft gewäcke weg aber die waffe gewechselt oben motel seit mehr als zweiter geschehen wir haben das immer noch kommt es der der feuerste postigte jetzt kommen jetzt kommen jetzt kommen mikro Sekunde gedacht er macht 2 bis aufgrund big round jungs richtig gut 2 gegen 3 was sagt mir was sagt er jetzt war das ja ja ok ja ok ja ok ich schieße die sogar ne das bringt nicht viel aber ich schau vor dir eigentlich oder ne ja dich auch gut hab den da ist noch einer oder ich weiß nicht ich habe nur einen geholt und direkt wieder rein das ist jetzt unsere runde geduldig das war bei mir muss die ich sehe gar nicht wusste er ist ganz ganz hinten er lief es war so erfahrlich da und den Schaustplatz wie der Mann ja das Ding ich war da haben ist das auch der Typ alter dieser Omri J alter dass der der müssen wir einfach nur retten haben wir das kommt das gehört uns 5 3 5 3 jetzt jetzt leg ich mich vor der Bombe in der Ecke hin weißt du ja ich schaue nur A-Cross hab die B-Cross gestunnt ich bewege der war irgendwo oben wieder hinten spawnen auf dem Hammer drauf ja ich gehe flanken Jungs was soll ich schauen die B-Cross gestunnt ich war vor mir wieder wie eben am besten und ein Strip ich gehe umporn jetzt ich mache das ich mache das der wechselt die ganze Zeit Waffe her der täuscht ihn mal an pass auf der Sniper Kibin ja ja ich habe schon nur den Bus deswegen die B-Cross gestunnt die B-Cross gestunnt die B-Cross gestunnt ich habe mich an Schüsse das ist nicht nur hinten mit ich habe mich an ich habe mich an ich habe mich an Bus, Bus bei mir Hotel einer Ah Hotel hat mich geht genau Stairs runter oh mein Gott der kommt raus der hat ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich weiß ich habe ich habe bei mir geschaut der kappe ich habe komplett zur kommende korte ich glaube ich glaube ich habe ihr letztes bereitet klosen klosen 35 463 der kommen der kann und wurden der frau mir er auf dem haussel большig..., 9 ich wollte er in er ist unten behinder der ersatzte kostet einer weil da einer ist und unb centrale wartet der nur leute dass er nicht auch das war nur noch mit kirby komm mal Jungs, der hat 2-8, Bombe ist ganz links droppt, spielt den Trait, spielt den Trait. Wo bist du Kiwi? Kiwi ist ganz links, Strip 18. Wo bist du Kiwi, Kiwi ist ganz links, Strip 18. Wo bist du Kiwi? Er ist Gäste, oder Kiwi? Schon Gäste? Forst Dili, oder nicht? Ich kann nicht, ich weiß nicht genau. Ich glaub der wird irgendwas flanken, spielt einfach Confidence zusammen, plant Bombe, fertig, komm. Ich weiß nicht, ob er oben broken ist. Soll ich nirgeln, Digga? Ja, Platz, ja. Schau mal oben broken ein bisschen. Geh da nach oben broken, würd ich sagen. Bombe wurde platziert. Geht beide broken, geht beide broken. Haben wir. Genau, perfekt. Steli ist oben. Perfekt. Steli, lass mich wieder tracken, ich habe Peek von dir, ok? Ja, lass Kiwi, lass Kiwi peaken, Steli. Geh weg, du musst back schauen. Peek normal Kiwi, geh kurz vor, wenn du peekst. Er ist an der Bombe. Let's go! Wuuu, GG, Digga. Haben wir mal so'n Final gewonnen, äh, so'n scheiß Tourney mal gewonnen, Alter. Nachdem wir gestern gejoggt haben. Ok Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr so Tourneys sehen wollt, lasst ein Like da und haut rein. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich hoffe euch hat es gefallen.